Warte, was? Ich glaube, ich sehe dich ganz richtig. Ey, ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon in der letzten Minute von dem kassiert habe. Wie oft er mich schon bis zur Mittlinie geschuscht hat. Wie oft er schon gegen mich gedappt hat. Wie oft er schon den ich muss aus Klojubel gemacht hat. Das, was Mbappé heutzutage ist, war früher Ben Yedda. Egal, ob ich links oder rechts gucke, ich sehe Ben Yedda. In meinen Albträumen, ich sehe Ben Yedda. Aber wisst ihr, was ich auch sehe? Dass wir hier die 100 schaffen. Jungs, die nur ein paar Klicks kosten unsere Support. Das, was Mbappé heutzutage ist.